Hohes Alter und trotzdem noch topfit. Das hat die große Reiter Prinzengarde auf jeden Fall geschafft. Am Wochenende ist der Karnevalsverein stolze 80 Jahre alt geworden und das wurde ordentlich gefeiert. Bei der Jubiläumsparty in der Reiter Stadthalle. 80 Jahre große Reiter Prinzengarde, eigentlich nur ein Geburtstag, aber da wir alles feiern, was sich feiern lässt, feiern wir halt auch runde Geburtstage und nicht nur karnevalistische Jubiläen. Rund 650 Gäste waren bei der großen Geburtstagsfeier mit dabei. Aus allen Karnevalsgesellschaften der Stadt. Für sie gab es jede Menge Tänze und hohen Besuch. Vom Kinderprinzenpaar Und auch von den Erwachsenenqualitäten. Wir haben eben die Ehre, das Prinzenpaar sein zu dürfen in dem Jahr, in dem die große Reiter Prinzengarde ihr 80-jähriges Jubiläum feiert, wo wir beide halt auch Mitglied sind. Und das ist schon doch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die wir unwahrscheinlich gerne natürlich auch machen. Mit 700 Mitgliedern ist die Reiter Prinzengarde die größte Karnevalsgesellschaft in Mönchengladbach. Und am Dienstag geht die Geburtstagsfeierei weiter mit der großen Jubiläumssitzung in der Stadthalle. Mehr Informationen überこと akan für die Gäste zu studieren. our und am Indien %